Wo aufgehört, da fangen wir auch wieder an. Jo, die Tiefenwurz Teil 3. Da muss ich ruhig noch was drücken. Da war mein Stein geblieben. Dann bleibt ja nur noch das Stückchen hier und dann hier rauf. Mal gucken, wie wir auf das Mausoleum kommen. Ich denke mal über die Wurzeln, ja. Da oben liegt schon wieder was. Sehr schön. Da. Da. Da war man in der Kirche schon. Die kann man gar nicht rein. Noch einmal dumm herum. Da oben. Okay, das scheint mal richtig zu sein, ne. Okay. Dann bin ich. Da oben bin ich. Jeb. Pung. Da oben. vereinschluss des ritter des mausoleums ok ich höre einen kotkopf wo ist der kotkopf oh was mache ich denn konzentration es ist schon spät hier liegt auch nix na aber es ist das okay also vorsicht was für eine scheiße warum ist denn der jetzt so abgeflutscht der flutschfinger hätte hier wieder was vergessen und bleibt da komm na ich mache mir die schmiede Ich gehe mir auf die Nüsse zurück. Ach! Woppa! Der Hund, du! Toll! Doch, es liegt aber was hier! Woppa! Nicht sterben! Ich schaff das doch noch! Ui, doch nicht! Schmiedestein 6 Toll! Wo hilft man denn jetzt da am besten wieder runter? Da muss man herkommen und nein! Wo ist das? Wo ist das? So, es ist aus dem Deum Ich schlage ihm den Schimmel vom Himmel Entschuldigung meine Ausdrucksweise Ich schlage ihm die Totenköpfe von seinem Körper Und nicht mal das kriegt er hin Ach, er bricht schon zusammen Ok 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 Das ist doppelt Kann ich mir die beiden Heldensachen holen von der Finger Alten Okay, Mausoleum zum Fall gebracht. Jetzt frage ich mich, ob auf dem Mausoleum auch noch was oben ist. Gut, dass sie einen timestamp haben, ja, hier könnt ihr immer... Nö, hätte aber sein können, ne? Man weiß es nie. Ah, da ist der Kuhl-Kiever. Nein, wo ist er? Okay. Sind ganz schön Penis dran, du. Da liegt noch was. Und da hinten geht es noch lang, ja. Bin ich jetzt da am richtigen? Hä? Wo habe ich mir das jetzt gesehen? Da war's. So, das war's jetzt da mit dem Rungi springen. Okay. Wer steht da hinten? Schmelziger Ritterin Luria. Okay. 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 So, das war's. Okay. Bauhelm. 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 Bauhelm des Schmelztiegels. Okay. Baumrüstung des Schmelztiegels. Stulpen des Schmelztiegels. Bauhelm. Baumrüstung des Schmelztiegels. Okay... Ja, also, auf zu dieser Olle nochmal, und dann versuche ich das erstmal, bevor ich hier das anbiete. Lendel, königliche Hauptstadt, ok. Das war jetzt nirgends irgendwo besonders, wo ich war, ich doch schon. Da ist Bock der Nähe nur noch. Und warum haben sie mich gerade da ausgeschissen haben? Weiß ich jetzt auch nicht. Na, Bock, was sagst du? Toll. Tschüss, Bock. Na gut, das Satz mit X-Falvo nix. Dann... Machen wir das jetzt fix fertig. Nein, nicht halten lassen. Hä? Ich sag bloß... Nein. Doch, jetzt hier, flog mal das Todes überreichen. Habe ich irgendwo mal gefunden, ja? Du hältst mich doch schon die ganze Zeit. Segen des strahlenden Firmaments, ok. Das ist schön für dich. Ach, bist du das, der da liegt, oder? Das ist schön für mich. Brandisch dieses Kind, meine Rune, und gesteig den Thron. Das wird die Frau von Alina einnennen. So, werde ich. Das ist gar nicht so schlimm gewesen, ja? Nee. Das ist gar nicht so schlimm gewesen, ja? Na, dreifach hält besser. Das ist gut. Also, ich dachte, die haben mir Hune gegeben. Hä? Jetzt ist gut. Jetzt will ich nicht mehr. Ja, und die Leiche ist sehr theoretisch, die da gewesen sind, wo ich zuvor gerade stand, oder? Ich könnte mich auch wieder total täuschen. Na? Was ist mein Versteck? Was wollte die Dame mir damit sagen, ja? Bald werde ich mit Gott willen liegen. Ja, keine Ahnung. Auf mich war es das heute. Gleich 4 Uhr. Ich lad es jetzt noch schnell rauf. Und das war's. Ja, danke fürs Reingucken. Ich hoffe es hat irgendwie geholfen. Und bis zum nächsten. Tscharrüs und gute Nacht.